Roulette Tausende von Euro gewonnen Künstliche Intelligenz Roulette Software Autor de Selza Mac Kennt sie Jututspe Video Heute ist Donnerstag der 28.12.2017 Und ich habe mich soeben in ein Internet Casino eingewählt Mit der von mir entwickelten künstlichen Intelligenz Roulette Software Die auch sie kostenlos über unsere Website downloaden können Tausende von Euros wurden innerhalb kurzer Zeit gewonnen Alle gesetzten Coops wurden gewonnen Das mag Zufall sein, aber ich habe die Software vorher erstmal die ganze Nacht durchlernen lassen Programmiert ist die künstliche Intelligenz Software ja auch nach dem Prinzip der Rückwärtsoptimierung Was das heißt, erkläre ich nachstehend Die künstliche Intelligenz ist die Zukunft und macht auch reich Aber hier nachdem ich mit 100 Poundstücken gesetzt und gewonnen hatte War die Ehrlichkeit sehr schnell vorbei Internet Casinos betrügen Schauen sie sich das Internet Aufzeichnungsvideo genau an Da sehen sie den Videoschalter einer Engelissen Software ganz klein Der nicht meiner ist und Aufzeichnungen machte Die dann später als Video anstatt des ordentlichen Drehs eingeschaltet werden Was der Zuschauer nicht merken kann Ich habe dann die Sitzung sofort beendet, weil jetzt nämlich der Casino Betrug begann Berücksichtigen sie also Internet Casinos bescheißen So funktioniert eine Rückwärtsoptimierung Klammer auf Also quasi das Pferd von hinten aufziehen Nehmen wir an, ich hätte ihre Kreditkarte, wo keine Geheimzahl draufsteht, da sie diese ja geheim erhalten und nur selber wissen Man müsste jetzt die Geheimzahl wissen und ich setze auf die Karte auf Und schreibe ein Programm Und schon gibt mir das Programm aus, wie ihre Geheimzahl oder das Geheimwort ist Zum Beispiel 2735 oder Emil, falls es das wäre Ja, ich habe das auch in den Garten 500% in 3 Minuten Ridiculous, ridiculous, das ist mm. Wow, ridiculous As always, you want to continue, don't you, but Das ist gut, gut, was du auf旋 wirst. Oh, ich würde dann auch in den Grad Was ich würde dann eben stellen, wenn ich in der Berlin würde dann Das ist gut, gut, jetzt. Was Name, Batie ? Wer name? My name is Irina. Haha, 6 Black as well. Right, yeah. I'm going to leave it without YouTube. I would have put some money in black there, but I'm going to leave it. Yep, 500 pounds in 3 minutes. Just absolutely crazy. Wow, I don't even know what to answer in that mega. Some of the bad hobbies to be honest. So, yep, take it easy if you play the roulette guys. I really hope it should bring you some joy happening. Did this thing bring you joy happening? I think I better take the money there. Hmm, yeah. It's the last number and I'll bid you farewell. Thanks for watching. Not my number. Oh, two sixes though, look at that look. Yep, take the money and run. Who asked me. I love you. You're gonna have drinks. We'll be as good as there's the one. You're not going to have drinks. You're not going to have drinks. But your notes are really a lot of drinks. Vielen Dank.